So, herzlich willkommen zurück zur Let's Play Elder Scrolls Online. Hochinsel. Part 46 ist das. Das hier wird wahrscheinlich das kleinste Add-on überhaupt. Naja, vielleicht nicht unbedingt. Also die anderen sind ja ausgespielt. Wenn wir das jetzt mal mit Morowind vergleichen, das hatte 112 Parts. Ja doch, Parts, Videos. Und SummerSend hat er 188, aber da ist auch die Psicic Questreihe mit drin. Die muss man also wegrechnen. Greymoor hat 155. Also wir sind gerade mal bei 45. Also das könnte das kleinste... L2 hat übrigens auch bei 188 mit Nord und Süd. Das könnte das kleinste... Das kleinste Add-on überhaupt sein. Bei dem wir entweder super schnell durchkommen oder... Ja, auch nicht. Es hängt immer davon ab, was als nächstes kommt. So, bin wieder da. Kennt ihr das, wenn ihr Nase putzt und ihr macht das eigentlich nur noch schlimmer? Das ist bei mir der Fall. Ich glaube, da möchte ich jetzt schon seit... Samstagabend spätestens rum. Ich muss mir irgendwie eine kleine Erkältung eingefangen haben. Die hat heute theoretisch ihren Höhepunkt. Also ich bin hier die ganze Zeit eigentlich nur noch am Niesen. Was soll ich denn jetzt eigentlich? Gar nichts machen. Alter, ich bin schon fertig. Bin schon fertig damit. Direkt neues Verlies. Also das könnte vielleicht tatsächlich die letzte Session sein, in der wir Phase 1 beenden. Und der Phase 1 betitelt sich meistens immer Hauptspiel. Phase 2 ist nächster Kapitel. Also sprich hier, dieses Add-on. Keine Ahnung, woher das kommt. Oder wann das kommt. Das ist eigentlich zur Abgrenzung. Bis Phase 2 überhaupt startet. Und der Prolog zu Phase 2, was mit einem der Updates kommt, bekommen wird. wird dann, äh, werden wir das Originalspiel noch weiterspielen. Also das Original-LP. Da muss ich hin. Da muss ich hin. Wie sieht es inventartechnisch aus? Das ist nicht Inventar, außer die Freundesliste, die tausend Jahre alt ist. Viel mehr kann ich bald auch nicht mehr sammeln. Oh Mann, ey. Wenn das so weitergeht, muss ich... Kann ich nicht LP'n. Da kann schon niemand mehr nachdenken. Was wollte ich jetzt eigentlich? Also ich brauche erstmal Futter. Ich habe kein Futter mehr. Ich muss zur Bank. Boah, ich glaube, ich werde krank. Ich habe die... Irgendein Stream bei mir. Der könnte noch online sein. Der müsste eigentlich noch online sein. Ganz, ganz alt. Anno 2207? 08? Keine Ahnung, wie das heißt. Schon vergessen. Das ist das vom damaligen SoWiWinter-Event, wo ich mitgemacht habe. Wo verschiedene Streamer dabei waren und... Das Gebiet ist ja scheiße. Wo ist der Eingang der Bank? Da. Ne, das ist ja doch nicht der Eingang. Ist das der Eingang? Ja. Ne, ist ja nicht. Ist das die Bank? Ja, doch. Ich kann mich nicht entscheiden, ob mir... Ich kann mich auch nicht entscheiden. Das ist das legendäre... Der legendäre Stream, wo ich krank wurde. Als ich am Ende des Streams war, also meinen Stream quasi übergeben habe und meinen Part beendet habe, hatte ich 38 Grad Fieber gehabt. Das heißt, ich habe quasi mich krank gespielt. Das war auch nicht feierlich. Das war echt schlimm. Das sind Harrys Basteten, die ich gerade geholt habe. So, ich werde gleich noch einen Cut machen, weil mir läuft echt die Nase. Das ist zum Kotzen. Ich muss sie irgendwie gleich zum Stopfen bringen. Nützt nichts. Die Salzstangen sind schuld, die ich hier auf dem Tisch habe. Die Salzstangen sind schuld. Aber es ist nämlich nervt, dass ich die ganze Zeit, wenn ich... ...mich selbst stiefen würden würde. Naja. Was jetzt zum Beispiel auch der Fall sein würde. Okay. Wie macht das eigentlich hier... ...die Fernsehsendungen, die Fernsehshows? Wie machen die das eigentlich, wenn die Moderatoren Schnupfen haben? Wenn die ausgetauscht sind, müssen sie es auch durchziehen. Oder kriegen sie irgendwie... ...spezielle Mittel? Weil ich habe super selten, wenn es mal hochkommt, einen Moderator mit einer laufenden Nase oder so gesehen. Ich kann mich ja nicht austauschen. Turm der Karamsin-Münze entdeckt. Also, ich sehe keinen Turm hier. Was geht hier vor sich? Dame Madach und ich streben danach, den Blutmagier zu erschlagen, der in diesem uralten Bauwerk haust. Ich habe uns mit Hilfe umfassender Nachforschung auf die vor uns liegenden Prüfungen vorbereitet. Aber jetzt, da wir hier sind, verbat sie mir, das Versteck dieses Unholz zu betreten. Warum wollte sie nicht, dass ihr den Turm betretet? Sie hat einen recht eigenwilligen Stil der Mentorschaft. Allerdings befürchte ich, dass es für eine Person allein schwierig sein könnte, den Schurken herauszufordern und meine Erkenntnisse zu nutzen. Wenn ihr mit dem Boot übersetzt und ich euch folge, das könnte sie mir sicher nicht verübeln. Schon verstanden, gut. Knappe, ihr kommt mit mir. Hervorragend. Ich hoffe sehr, dass die Ereignisse des heutigen Tages noch ein glimpfliches Ende nehmen. Und natürlich, dass Dame Madach in Sicherheit ist. Ihr könnt mir gar nicht vor wie ein Ritteranwärter. Ah, ja. Das höre ich nicht zum ersten Mal. Das liegt daran, dass ich mehrselbige Worte verwende, nicht wahr? Dame Madach war eine fähige Lehrerin und ich kann auch mit einer Klinge umgehen. Aber mein Mund und mein Geist sind meine besten Waffen. Seid ihr sicher, dass ihr ein Ritter sein wollt? So sicher, wie Magnus' Licht jeden Morgen über dem Antlitz von Nirn aufgeht. Ich wollte schon als Kind auf dem Knie meines Vaters einem Ritterorden beitreten. Dame Madach war so gut, mich in ihre Dienste aufzunehmen. Ich werde dafür sorgen, dass sie stolz auf mich ist. Ihr werdet schon sehen. Was ist das für ein Ort? Eine hervorragende Frage. Wir stehen vor dem Turm der Karmesinmünze, einem Relikt einer vergangenen Epoche. Der Zeit der bretonischen Münzbarone. Die Systrin waren über die Jahre im Besitz zahlreicher Gruppierungen, als sie von den Tamsleuten des Kontinents immer wieder verkauft wurden. Und wer ist diese Magier, hinter dem ihr her seid? Da kann ich nur mutmaßen. Aber darin bin ich für gewöhnlich sehr gut. Ich glaube, der Herr des Turms ist niemand anderes als Jakar Kassel, der vor tausenden von Jahren Erzmagier in Diensten des Hauses Guimar war. Ja, aber wie kann es sein, dass der Magus derart alt ist? Er könnte sein Leben auf vielerlei Weise verlängert haben. Ich würde auf eine Art mystischer Verlängerung tippen. Ich vermute, er hat die Zeit als Lich überdauert. Meinen Nachforschungen zufolge hat er seine Seele in ein mächtiges Phylakterium integriert. Selbstreden sind weitere Untersuchungen angebracht. Uh, ein Lich. Da haben sie aber sehr stark sich an D und D gehalten. Das ist nämlich genauso. Ein Lich hat immer irgendeinen Gegenstand, ein Phylakterium. In dem er seine Seele quasi reinparkt. Das ist da genauso. Das ist so ein bisschen wie untote Drachen. Oder Vampire. Vampire haben auch natürlich einen Sarg, wenn die Degen gehören. Obwohl ich Vampire letztens gekillt habe in der NWN 2, die gar keinen Sarg hatten. Das Spiel war, der Kampf war ziemlich... Naja. War nicht... Och du Scheiße. War ja nicht so... wie gedacht. Musik, was machst du? WTF? Musik macht mal einen auf richtig dramatisch. Da haben wir mal Dach. Da haben wir mal Dach. Sieht schon böse aus eigentlich. Und wenn man diese ganzen Deuchsturzflacken wegnimmt. Das Ganze noch ein bisschen düsterer macht. Da könnte das sogar ein dunkles Schloss für einen richtig bösen sein. Aber... Ja. Hab ich ja nicht. Ne, hab ich nicht. Muss Harry aktivieren. Harry aktiviert. Femmele Deit. Femmele Deit. War das der Blutmagier gegen den Dingen ihr gekämpft habt? So ist es. Dieser Schurke ist ein uralter Zauberkundiger. Ein grausamer Bastard, der sich in diesem alten Turm seit Jahrhunderten an das Leben klammert. Diese Schreckensherrschaft endet heute. Und zwar durch meine Hand. Wenn du so alt bist, warum greift man den Turm dann gerade jetzt an? Blutmagier Kassel ist eine Geißel für die gesamten Inseln. Kassel. Und in letzter Zeit werden seine Überfälle schier unerträglich. Seine Vasallen haben Unmengen an Beute für seine dunkle Schatzkammer angehäuft. Das Oberhaupt meines Ordens hat uns persönlich aufgetragen, dem Leben dieses Unholz ein Ende zu setzen. Wie können ich helfen? Wir. Dieser Bastard ist gefährlicher, als ich dachte. Ich beschäftige ihn, während ihr beide unsere Chancen verbessert. Ryan hat den Schlüssel. Er hat den Plan für unseren Angriff geschmiedet. Er wird eines Tages ein hervorragender Ritter sein. Möge Stender euren Arm lenken. Wieso sollte Stender meinen Arm lenken? Viel Glück. Folgt mir. Fang wir an. Kassel. Blut, Bücher und Stahl. Blatt, Buchs und Stihl. Das könnte aber auch so ein... Irgendwie so ein Titel eines unwichtigen Heavy Metal... Albums heißt. Ist auch unwichtig, weil das ein Musik-Genre ist, das ich nicht höre. Es fühlte sich gut an, Dame Madach in Bestform zu sehen. Hat sie den Blutmagier verfolgt? Ja, wie lautet der Plan? Achso, doch gesehen. Der Turm selbst manifestiert die Macht des Blutmagiers. Das Herz des Turms ist sein dunkles Phylakterium. Er hat seine Seele in dieses mystische Konstrukt integriert. Es wird nicht genügen, seinem Körper Gewalt anzutun, wenn wir seine finstere Herrschaft beenden wollen. Also, wo müssen wir das Herz des Turms zerstören, um den Markus zu killen? Ha. Wie ich sehe, seid ihr mit unerklärlichen Arkan-Phänomenen bereits vertraut. Gemeinsam werden wir eine symbolische Waffe erschaffen, mit der wir das Phylakterium zerschmettern können. Normale Waffen wie Hämmer können diesem Ding nichts anhaben. Hämmer können die nichts anhaben, aber schwerter. Wie stellen wir das an? Zuerst sammeln wir Material aus der Umgebung des Turms. Es dient als sympathetischer Fokus für die dunkle Macht, die Blutmagier Kassel inne wohnt. Sobald wir die Materialien haben, versehen wir sie mit Blut aus dem Herzen. Dann? Nun ja, dann hauen wir alles kurz und klein. Wir schaffen die Waffe und zerschmettern das Phylakterium. Gehen wir es an. Ich habe mich ausführlich über diese Ruine informiert. Der Statuengarten des Turms sollte übersät sein mit Knochen aus uralten Ritualen. Ein großes Exemplar, vielleicht aus einem Oberschenkel, würde einen guten Stil für unsere sympathetische Waffe abgeben. Genau, ich reiß mir meinen eigenen Oberschenkel gleich raus. Irgendwie kommt mir das gerade nicht vor wie ein offenes Verließen, dass wir uns gerade befinden. Können wir uns ausführlicher über Dame Madach unterhalten? Wie lange kennt ihr sie schon? Eigentlich den Großteil meines Lebens. Ich bin ihr Knappe, seit ich in der Lage bin, mein eigenes Schwert zu halten. Es war inspirierend, sie in Bestform zu sehen. Nicht wahr? Sie ist etwas ungewöhnlich für eine Retterin. Ich habe Thiel von Dame Madachs, äh, unorthodoxem Führungsstil gelernt. Sie glaubt fest daran, dass man Knappen alles abverlangen muss, damit sie besser werden. Wie sie so gern sagt, ich bin nicht euer Hauptmann, Kleiner. Macht euch selbst einen Reim darauf. Warum seid ihr froh, dass sie in Bestform ist? Sie war eine Weile krank, erst vor kurzem. Das ist jetzt sicher vorüber. Sie ist eine derart vitale Präsenz, ob nun auf dem Schlachtfeld oder auf der Bühne. Sehen zu müssen, wie sie kaum eine Klinge schwingen kann, war ein herber Schlag. Ganz anders als heute. Ein herber Schlag war auch für mich heute etwas. Ich habe eigentlich die ganzen Original LPs rüberladen wollen. Das sind 230 GB an Daten. Also alles Video Session 230 bis 290 oder sowas von dem Original. Das wollte ich halt sichern. Auf die eine Platte erst mal geladen ans Archiv und da wollte ich das Backup nehmen. Habe das angeschlossen. Und irgendwie kamen Windows 10 mit der Platte nicht klar. Und ich so, hä? Dann hat er den Rechner selbst angeschlossen. Hat es erst mal meine ganzen USB-Anschlüsse deaktiviert. Meine Maus und Tastatur gingen gar nicht mehr. Und ich so, hä? Irgendwann hat er dann die Ordner da drin gefunden. Dann wieder nicht, weil die Festplatte sich selbst wieder getrennt hat. Warum auch immer. Ich glaube, ich habe die Festplatte zerstört. Natürlich wieder außerhalb Garantie. Das ist ja immer so. Es ist jetzt die zweite Festplatte von den 12 oder 18 Stück, die ich habe, die kaputt gegangen ist. Also zumindest der Controller wahrscheinlich da vorne, weil die Daten angezeigt hat und die Platte scheint so noch zu leben. Aber ich kriege keinen Zugriff drauf. Also das Zwischending, das scheint kaputt. Ich muss also die Festplatte ausbrechen. Um an die Daten dann zu kommen. Ist jetzt nicht schlimm, die Daten habe ich überall noch. Mindestens auf dem Backup. Auf dem ersten. Ach, darf ich mir eine neue 4TB Platte kaufen? Was für eine Geldverschwendung, ey. Wie groß ist denn das eigentlich? Das sieht ja sehr interessant aus. Gehen wir zurück zur Statuenhalle im nordwestlichen Bereich der Gärten. Dort sollten wir eine Menge Knochen für unseren Zweck finden. Wissen wir was? Das machen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, ciao.